Mein erster Verein? ESV Olympia Köln. Wir sind in der Stadt groß geworden und dann habe ich natürlich auch in der Stadt Fußball gespielt. Wenn man das so sagen kann, im Schatten des Rotlichtviertels in Köln. So war das. Der Held meiner Kindheit? Der Held meiner Kindheit. Ich denke, die Helden sind so irgendwo meine Eltern und wenn man das sportlich sieht, war ich immer ein großer Fan von Luis Figo von Real Madrid. Ein perfekter Tag wäre für mich? Ein gewonnenes Fußballspiel und dann ein Abend mit Familie und Freunden in Köln. Mein erstes Trikot, wovon? Wie gesagt, von Luis Figo, Real Madrid. In diesem Stadion würde ich gerne mal spielen. Rhein-Energie-Stadion in Köln. Meine Hobbys? Meine Hobbys außerhalb des Fußballspielens sind eventuell Tennis spielen oder Zeit mit Freunden verbringen. Ins Kino gehe ich auch ganz gern. Sonst bin ich einfach froh, wenn ich auch mal zu Hause sein kann. Diese Sportart würde ich gerne mal ausprobieren. Curling. Warum? Ich weiß nicht. Ist interessant. Mein Lieblingsfilm? Würde ich sagen, ist jetzt Fokus von, wo Will Smith mitspielt, ansonsten Gesetz der Rache. Mein letztes Reiseziel? Zuletzt war ich auf Mallorca und davor war ich in Dubai. Das mag ich an Braunschweig. Was mag ich an Braunschweig? Ja, ich mag die Innenstadt. Ich glaube, da kann man ganz schön sitzen. Ich mag die Arkaden, das Stadion, das Gelände, meine Wohnung. Ein bisschen was hoffe ich, werde ich noch sehen. Und dann kann ich dir mehr sein. Ich mag die Arkaden, das Stadion, das Stadion, das Stadion, das Stadion.